Das zu Mieten der gut gepflegten 5-Zimmer-Rhein-End-Haus steht in Speyer. Das im Jahr 2004 erbaute Gebäude wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 300 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von 179 Quadratmetern auf. Die monatliche Kaltmiete des Gebäudes beträgt 1350 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017